Die B-Eindlich wieder am Platz gestanden im ersten Testspiel der Saison. Tolles Gefühl, oder? Ja, unglaubliches Gefühl. War eine lange Zeit, wo ich nicht mit dem Team am Platz gestanden bin. Habe jetzt sehr lang und hart kämpfen müssen und bin froh, dass die erste Trainingswoche so gut vorübergegangen ist und natürlich eine Halbzeit dabei zu sein. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich irrsinnig für ihn und man hat auch gleich sein Coaching gehört, wie er die Jungs eingeteilt hat. Also ein sehr, sehr wichtiger Mann. Viele neue Gesichter auch in der Mannschaft. Für dich als arriviertenspieler auch immer wieder eine neue Situation, oder? Ja, so ist es. Sehr viele Neuzugänge, ein paar Teamspieler, die noch etwas trainieren müssen, bis wir mit uns spielen, aber auch viele junge Spieler, die wieder da sind, die sich beweisen wollen, ist natürlich nicht einfach, gerade nach so einer intensiven Woche. Aber ich glaube, wir haben das recht ordentlich gemacht und haben das souverän 2-0 gewonnen. Das heißt, du gehst jetzt auch mit voller Kraft und neuer Kraft ins Trainingslager? Ja, unbedingt. Ich brauche zwar immer wieder mal noch eine Pause, die gibt mir der Trainer. Ich muss da herangeführt werden. Es war doch eine lange Zeit, wo ich nicht am Platz war, aber ich gebe jeden Tag alles, dass ich so schnell wie möglich wieder in der Mannschaft bin und bis jetzt bin ich sehr glücklich.